Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, mit einem neuen Podcast zum Galaterbrief. Heute mit Manuel Gresslin. Der heutige Bibletunes steht in Galater 1, die Verse 6 bis 9 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Paulus, also bitte, jetzt mach mal halblang. Muss das sein? Musst du schon gleich zu Beginn deines Briefes so deutliche Worte wählen und in so einen scharfen Ton verfallen? Hätte es nicht auch etwas seelsorgerlich und nicht so kämpferisch sein können? Und überhaupt, wo bleibt dein Dankgebet für die Gemeinde in Galatien? Wo bleibt dein Lob für sie? Warum bist du so zurückhaltend mit deinen Komplimenten? In allen deinen anderen Briefen, da machst du das doch immer. Nur nicht hier, aber warum, frage ich mich. War es wirklich nötig, dass du so direkt zur Sache kommst? In der Tat, Paulus kommt direkt zur Sache. Er wählt keinen Umweg. Er schweift nicht ab. Er spricht Klartext. Weil es ihm schon gleich zu Beginn seines Briefes um die wichtigste, unantastbarste und heiligste Botschaft der Welt geht. Das Evangelium. In anderen Worten sagt Paulus den Frauen und Männern aus Galatien hier, hört auf, den Leuten zu glauben, die euch ein falsches, ein widersprüchliches Evangelium verkünden. Die Botschaft, die ihr da hört, verdient es nicht, Evangelium genannt zu werden. Die Nachricht, die euch da gebracht wird, ist das genaue Gegenteil davon. Was ist eigentlich das Gegenteil von Evangelium? Das Gegenteil von Evangelium kann ein auf den Kopf gestelltes Evangelium sein, wie es Paulus in Vers 7 sagt. Das Evangelium also einmal umgedreht. Das sind vielleicht immer noch die ganzen Wahrheiten mit dabei, die bei der guten Nachricht von Jesus auch mit dabei sind, aber eben in umgekehrter Reihenfolge. Und damit werden sie zu einem unwahren Evangelium. Bei einem auf den Kopf gestellten Evangelium, da geht es zuerst um Anspruch, dann um Zuspruch. Zuerst um Leisten, dann um Empfangen. Zuerst um Herrschen, dann um Dienen. Zuerst um die Krone, dann um das Kreuz. Kennst du das auch, so ein auf den Kopf gestelltes Evangelium, wo dir Dinge vielleicht bekannt vorkommen, aber die Reihenfolge um 180 Grad gedreht wurde? Manchmal ist das gar nicht so leicht zu erkennen. Und erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass hier was an der Abfolge nicht stimmt. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen und genau hinzuhören, in welcher Reihenfolge gepredigt, gepodcastet oder auch geschrieben wird. Ebenfalls in Vers 7 redet Paulus von gewissen Leuten, die der Gemeinde in Galatien dieses umgekehrte Evangelium bringen. Gewisse Leute. So bezeichnet Paulus also seine Gegner. Im gesamten Galaterbrief wird aber nicht ganz klar, wer damit gemeint sein soll. Der Inhalt ihrer falschen Lehre, also was genau sie am Evangelium verdrehen, wird im Verlauf des Briefes und auch im Verlauf dieser Podcast-Reihe immer wieder genannt werden. Und auch das Verhalten der Unruhestifter wird mehrmals im Brief beschrieben, wie zum Beispiel im heutigen Vers 7, wenn Paulus vom Verwirren spricht. Aber wer genau diese gewissen Leute sind, darüber sagt Paulus nichts. Vermutlich soll die Wahl dieses Ausdrucks zwei Dinge zeigen. Zum einen, dass es sich nur um eine sehr kleine Zahl handelt an Menschen, die ein falsches Evangelium erzählen. Es ist nicht die Mehrheit, nein, es ist die Minderheit. Es sind wenige. Mich beruhigt das irgendwie, gerade auch, wenn ich an unsere heutige Zeit denke. Ich muss nicht hinter jedem Pastor oder hinter jeder Pfarrerin einen falschen Bruder oder eine falsche Schwester vermuten. Nein, ich glaube und das hoffe und bete ich auch, dass es auch in unserer heutigen Zeit nur wenige sind, die als Wolf im Schafspelz auftreten und ein falsches Evangelium erzählen, auf das wir als Christen dann reinfallen. Und zum anderen, und das ist das zweite, zeigt der Ausdruck gewisse Leute auch eine gewisse Geringschätzung, die Paulus für seine Gegner hat. Es ist gar nicht der Mühe wert, sie näher zu benennen oder zu beschreiben, weil auf kurz oder lang werden ihre falschen Lehren verpuffen. Auf kurz oder lang, ja, da wird sich das echte Evangelium durchsetzen. Am Ende wird das Wahre, das Schöne und das Gute siegen. Ja, am Ende bleibt das Evangelium Gottes Evangelium. Er wacht darüber, er passt darauf auf, es ist seine Sache. Und genau das bringt auch der zweimalige Fluchwunsch von Paulus zum Ausdruck, wenn er diese falschen Brüder und Schwestern in Vers 8 und 9 verflucht. Er verflucht sie. Ja, das klingt erstmal hart, aber eigentlich ist dieser Fluchspruch eine Bitte. Eine Bitte an Gott, die Verfälscher des Evangeliums zu entlarven, sie auszuschließen und sie gerecht zu richten. Und schlussendlich liegt und bleibt es in Gottes Hand, das zu tun. Fest steht also, Gott hält sein Evangelium in seiner Hand und nichts kann es daraus reißen. Und ebenso hält er auch dich und mich in seiner Hand und nichts kann uns daraus reißen. Niemand. Keiner. Kein falsches Evangelium, auch keine falschen Verkündiger und Sprecherinnen können uns von Gott und von seinem Evangelium trennen, das niemand anderes als Jesus Christus zum Inhalt hat.